Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Ich nehm jetzt noch eine Folge auf, wieder mitten in der Nacht, aber egal. Wo ich morgen früh nicht so viel aufnehmen. Aber ich glaub, da nehm ich lieber Amalo auf. Hier, Legacy of the Duelist ist dann doch irgendwie ab und zu ein bisschen einfacher zu aufnehmen. Dann hab ich da wenigstens eine Folge. Wir machen jetzt ein letztes Duell zwischen Declan und Yuya. Siag wurde zwar geschlagen, aber er war immer noch nicht endgültig besiegt. Er würde ja auch verstehen und den Chaos anrichten. Es sei denn, nachdem Riley Reis Geist, das sie im Körper verdrängt hat, er absorbierte sich, dass sie den Geist von Siag, um ihn zu versiegeln. Und Yuya wurde von der Kontrolle durch Siag befreit. Hat sie nicht einmal gelächelt oder gelacht? Ja, wenn die Finsternis von Siag stärker wird, dann wird er zurückkehren. Nicht wie du. Ja, Yuya, das Schicksal der Welt. Riley, Riley zum Lächeln bringen. Das beste Show-Duell. Okay. Die beiden machen das beste Show-Duell. Wassermagier plus Behegon. Ja, moin. Oh, ich kann auswählen. Ja, komm ich hier, second. Wenn er verpeilt, dass er gewonnen hat. Mal gucken, was Declan so alles aus seinem Anus zieht. Künstler, Kumpel, buntäugiger Auflöser. Ja, moin. Ja, die ganzen Künstler, Kumpel, die ich sonst so habe, sind halt irgendwie gerade mega lost. Du kannst einen Pendel-Bereich dieser Karte um eins erhöhen, maximal zwölf. Okay. Ich habe eine Funktion von der Funktion von dem Extra 6 verwendet, dafür Monster in deiner Hand oder der Spiefe. Oh, nice. Jetzt hat sich meine Pendel-Zone. Aber ich habe nur den Hunger-Gift, okay, zwei finsternes Monster. Ich habe aber auch keine finsternes Monster. Sehr gut. Alle Pendel-Monsten, die kontrolliert seitens 300 Artikel. Der ist 4, ach, damn it. Pendel-Set, Effekt aktivieren. Jetzt sammeln ich Künstler-Kumpel-Peitschen-Schlange. Nein, ich will den Effekt von Peitschen-Schlange noch nicht aktivieren. Ich möchte angreifen. Oh mein Gott, DDD-Vertragsänderung. Okay, Copernicus. Und es ist DDD-Nachtheuler. Die Peitschen-Schlange sieht eigentlich sehr lustig aus. Nein, ich möchte nicht mit Peitschen-Schlange irgendwelche RTK hier. Diese falle ich echt drauf rein. Oh, Topf der Reichstümer. Mische 3 Pendel-Monster von einem Friedhof. Offen von dem extra Deck ins Deck. Dann zieht zwei Karten, okay. Ich kann halt immer noch keine Pendelbeschwörung machen. Kannst ein Monster wählen, dessen derzeitige... Du kannst diesen Effekt nur einmal, falls das derzeitige RTK höher sind. Er hättest 1000. Eine buntäugige Lichtphönix. So, gut anbieten an ein Künstlerkumpel. Wen ist er hört, okay. Ja, dann nehme ich nochmal Peitsche-Schlange Meister. Erstmal gehen wir in Angriff, ja. DDD-Neko-Schleim. Ja, und nachher vielleicht. Nachher vielleicht. Zwei Monster sind halt aktuell besser als ein. Dicke Sexies-Monster. Künstlerkumpel Gong... Gongatze, ah, okay. Du kannst diesen Effekt aktivieren, dann erhältst du... Okay, das ist ein bisschen wack. Aber ich aktiviere jetzt den Effekt. Dann mache ich das mal eine Pendelbeschwörung. Dann holen wir jetzt mal den buntäugigen Phoenix aufs Feld. Lichtphönix. Lichtphönix. Oh. Wieso kann ich den anderen Effekt nicht aktivieren? Ist schon ruhig. Greif an. Nicht Lichtphönix. Go. Nein, ich will keine tausend Effekte aktivieren. Der Trump-Panda. Okay, Deckel hat halt echt nichts Interessantes, oder? Fusion, ja. Da wird das mir Fusion hat echt nichts bringt. Ich würde gerne den Hungergiftdrahen beschwören, aber... Kommt hier mal Wurf mit 2000 Angriffspunkten. Bevor hier noch die krassen Plays von ihm kommen. Ähm. Nach einem unglaublichen Teil zum Duell brach die Menge in Jubel aus. Eine Stimme stach besonders aus dem Jubel hervor. Riley. Riley. Riley lacht. Als Profi auf. Und Susu ist auch herausgekommen. Yeah. Ein herbeigependeltes Wunder. Julia hatte sein Ziel, professioneller Duell zu werden erreicht, aber auf ihn warst du nur noch ein weiteres Duell. Tja, deine Reise hat gerade erst begonnen, mein Sohn. Wow, Dad. Ein Profi-Duell-Tainer muss jedes neue Duell als Herausforderung ansehen, Julia. Bist du bereit, deine Show-Duelle noch weiter zu verbessern? Darauf kannst du wetten. Zeit für Action. Und ich schwinge mich in die Action. Und er macht das halt im Anime wirklich. Er sagt immer, und ich schwinge mich in die Action. I'm swinging into action. Das ist ein Ritual. Ja, moin. Send you the 1000 Handle. Wieso spielt Julia hier so eine weirdes Deck? Bundäugiger Arc Pendeldrache. Der Stube 7, ja, moin. Ey, wait. Es sei denn, du hast kein Ersteinimal. Eee, 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 eee. natürlich war so klar ok der kumpel himmelsschüler verbergen die schwerter buntäugiger sehr wilde rache befindet du kannst ein licht monster tribut anbieten lege ein von seiner hand deinem deck oder vom friedhof als du kannst du kannst ein maß das ist schon das begegne kontrolliert wenn er zu stoppen ok solche hat es akzeptabel warum noch mal buntäugiger arg pendel drache der bringt mir gar nichts nicht zwei pendel monster mit pendel mit pendel bereich acht ob es wird es wenn es fertig ist ja und deshalb auch kein pendel monster für den hat weg haben ich kann auch nichts zu machen ja moin und äugiger schwerkraft drache ja flip gewert Skel-le-le-le-le, Ritt. Spendalum. Come on. Oh. Der sucht mir jetzt was raus. Aufs Spielfeld. Ja moin. Ich liebe den anderen genommen. Aber die Animation, die müssen wir noch haben. Das ist ganz wichtig. Der Yuisho, der ist hier schon ein bisschen wack. Ich nehme alles zurück. Ein bescheidiges was für zwischen 3 und 6. Akrobatischer Magier. Ciao. Oh cool. Und jetzt rebootiert. Jetzt der Kumpel Himmelsmagier. Oh buntäugiger Lancer Drache. Ich weiß, diese Karte legt sie in das Deck. In deiner Hand. Du kannst ein buntäugiger was für 7 oder höher werden. Du kannst auf linke Stufe um 3. Ich schwöre diese Karte durch Spezialbeschwörung. Ne, nur Glasflügel sind kurzwache aber. Ja gut, dann opfere ich halt einfach den. Leg den buntäugigen Drachen einfach auf den Friedhof. Dann greife ich einfach mal mit meinem dicken Board hier an. What? Was war das für ein Effekt? Ne gut. Julia seine Freunde erfreut ihr Publikum auch weiter mit Showduellen. Aber dies ist eine andere Geschichte. Ja moin. Und jetzt sind wir fertig mit Arc5. Jetzt kommt nur noch Reigns. Mein Name lautet Playmaker. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ähm. Ja, ich mache jetzt einfach nochmal Booster auf. Wieso kommt da Crimson Nova 3 der finstere Kubische Herrscher? Wieso? Sonderdrache Duo. Also wahrscheinlich wegen dem Film. Äh. Oder hole ich mir von hier. Komm ich mache ein paar paar von Julia. Äh. Seine Decks auf. Metaphysische bewaffneter Drache. Der ist aber irgendwie ein bisschen falsch. Der ist im falschen Pack. Ja. Ähm. Was ich noch sagen wollte. Ich werde nach, äh. Wenn wir mit Reigns fertig sind, werde ich kein Legacy of the Duelist mehr spielen. Du müsst nicht hier direkt auf dem Kanal. Wenn dann vielleicht hier und dann mal auf Twitch. Neben dem Stream. Aber so Hauptprojekt mäßig bin ich dann fertig. Weil ich wollte die Story spielen und die Story ist dann fertig. Und dann bin ich fertig. Ich hab drei mal fertig in einem Satz gesagt. Äh. Oder vier mal. Und. Ja. Ne. Gibt es da glaube ich mal nicht so zu. Äh. Nicht so zu sagen. Denke ich mal. Und danach kommt halt was anderes. Mit dem Beispiel der Vampire Storm 3. Auf dem einen Slot. Und auf dem anderen Slot spiele ich dann. Ähm. Auf dem Amalur gerade noch läuft. Spiele ich dann Divinity 2. Den Developers Cut. Rettungshamster. Oberster König. Drache. Finstere Rebellion. Drache Glasflügel. Unigami Kombo. Buntäugier Absolut Drache. Dreizack Livia. Und ja. Das ist so mein momentaner Gedanke. Was bekomme ich bei ihm so? Überfall Raptor. Fremder Falke. Nichts. Schwarz und Drachen. Meiner Cola. Niederrache des brennenden Abgrunds. Okay. Sudiak Eberbogen. Ein schwerer Nebethes. Ein vorkömmling. Lyrik. Die Vogel. Okay. Es gibt schon ein paar interessante Sachen. Ich werde hier da vielleicht noch ein paar Decks zusammenbauen. Oh. Ich habe mir von so eine Menge geholt. Ah. Weiß ich aber auch wieder warum. Edelsteine. ein Elefant. Weil hier noch die andere Sachen drin waren. Bei Gong habe ich ja auch noch ein bisschen übertrieben. Wegen den Schrott. Wegen den Schrott Sachen. Und Schrott hat halt keiner gespielt. Finde ich so schade. Wieso nicht? Wieso spielt hier keiner Schrott? Wieso spielt hier keiner Schrott? Das ist auch ein cooler Arketalb. Habe ich gehört. So würde ich das gerne spielen. Wer war dieser Quentin eigentlich? Der kam jetzt glaube ich mal nicht so oft vor. Der war irgendwie in der ersten Staffel oder so. Aber der später. Also bei Kite und bei Shark kann ich mir weiß. Kann ich schon verstehen. Aber Quinten. Der ist noch in der ersten Staffel vorgekommen. Danach gefühlt gar nicht mehr. Wieso gibt es von dem dann ein Booster. Genauso wie von diesem komischen Mädchen da. Da haben sie jemand besseres reinpacken können. Trudge zum Beispiel verstehe ich das. Also Trudge ist cool. Also Trudge, Leo und Luna, die Kämpfer, die Leute hier kennt man alle. Aber die ist random, der ist random, der ist okay, der ist okay und Juma klar. Und hier ist es halt auch wieder so. Gong, klar. Zuzu, klar. Zuzu, klar. Shea, da hat man auch jemand anderes rein tun können. Declan, ist klar. Und Yuya, absolut. Hier, okay. Alexis, Bastion, Chess, auf jeden Fall, Cyrus, Jessie. Man hätte auch eigentlich eventuell Bastion weglassen können und Zane rein tun. Aber da hätte man auch, könnte man auch sagen, dass man auch Cyrus einfach mit Zane ersetzt und der halt einfach die Royce Karten dann mit aus Scheiß. Äh. Ja. Wieso er halt auch Woikians hat, das ist auch ganz anders wild. Und der ist Moskito. Na, ich habe halt jetzt wieder ein paar Zuhörpunkte übrig. Und Cyber Endrache, die wir schon zum tausendsten Mal haben. Oh, Cyber Drache Herz, nice. Der ist halt in Paper schon einiges wert, zumindest teuer. Einer der Gründe, weshalb ich die Karte nicht spiele. Was mich halt bisschen schlechter macht, aber gut gegen Tobi. Wenn ich Tobi spielen muss, habe ich immer das Gefühl, ich müsste halt echt zu Tryhard Decks spielen. Weil er halt, er hat halt auch mehr so, seine Decks ist halt auch teilweise mehr so Fun Decks. Aber halt so in diese andere Richtung von Fun. Diese einseitige Richtung. So ein Tryhard Decks macht ja nicht mal Spaß. Ist nur zum Gewinnen da. Und das ist halt das Problem. Wurm Tentacles, Wurm Zero, alles klar. Auch wieder so ein Architekt, das irgendwie keiner gespielt hat im Anime. Oh, Block Mann. Was kommt da noch so interessantes raus? Na ja. Schauen wir mal noch bei Jazz. Das unglückliche Mädchen. Da müsste immer eine Karte drin sein, die ich noch nicht habe. Die eine Pendelkarte, glaube ich mal zum Beispiel. Ist aber auch Absicht, denke ich mal, von denen. Da muss ich dann immer nur noch eine Karte bekomme, die mir fehlt. Weil man muss ja das Spiel weiter spielen. Ich brauche wahrscheinlich noch 42 Packs dafür. Hier. Immer nur eine Karte ist schon, ist schon wack. Ich würde gerne bewaffneten Drachen Level 10 nochmal haben. Er war noch so ein zweites Mal, wäre schon cool. Der OG Drache, der ist halt gar nicht schlecht. Nice ein Effekt. Und wir waren der Drache Level 3, aber den Donner hätte ich gerne. Aber die gibt's hier nicht. Die sind noch zu neu, die Karten. Die Idee gab's, ne, ne, das ist die Punkte D. Nicht D, Strich D. Ich komme auch noch zwei Packs auf. Mal gucken, was da so rauskommt. Ja, moin ehrenlos. Was gibt der Lexus noch so? Dann bin ich einfach die... Ich mach das auch nur, damit ich jetzt noch die Zeit ein bisschen Vollkrieg. Natürlich. Und damit ihr sehen könnt, dass es hier sehr uninteressante Karten in den Packs gibt. Sehr viele, sehr uninteressante. Ja gut, okay. Hätte ich einfach gesagt, wir machen jetzt beim nächsten Mal, dann geht auf in Rains. Und dann mach ich jetzt einen Break und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Okay.